Hallo, ich bin Gerlinde Jenicke von 94.3 RS2. Uns liegt die Zukunft der Natur sehr am Herzen. Und deshalb haben wir im Sommer 2019 das RS2-Klimaschutzprogramm ins Leben gerufen. Unser Versprechen, wir pflanzen für jeden Hörer einen Baum. Alles hat angefangen mit diesem Baum. 55.000 Esskastanien, Walnüsse und Zuckerahorn. 17.300 Pappeln, Weiden und Erlen. 7.000 Esskastanien und Obstbäume. Und hier ist der 100.000. Baum. Im Schloss Parc Sanssouci. 8.000 Esskastanien und Obstbäume. 8.000 Esskastanien und Obstbäume. Ich finde das ganz großartig. Großartige Aktion, Nachhaltigkeit geht ja alle an und da müssen alle mitwirken. Wenn 94.3 RS2 hier aktiv wird und gemeinsam mit Verbänden etwas auf die Beine stellt und 100.000 Bäume pflanzt. Also ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Wir sagen 100.000 Mal Danke für 100.000 gepflanzte Bäume. Und einer von ihnen steht garantiert auch in deiner Nähe. Klick mal die Karte auf rs2.de. Ich glaube, das różniere видите. Und einer von ihnen verk της Böre innychem Cott heart Pandemie. Also ich werde das Libertad haben. Und einer von ihnen so contact drinnen, FELT. Ihr müsst do organisations certainly an, schlafstät System zitiere und regler abilities. Vielen Dank.